Geist und Zeit Aha, wir sind im Raum von Geist und Zeit Geist und Zeit Geist und Zeit Geist und Zeit Er zieht einfach nach vorne Ein Kanu? Hä? Wie ist das? Rauschen Ich bin... Ich bin... Genau... Ich denke... Ah, wir sind klein Rauschen Was ist unsere Mama? Entschuldigung Ich bin... Ich bin... Diese Frau? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Die Zeit des Erwachens ist gek... Ja... Hoffentlich ist es das, was ich... Äh... Vermute... Irgend so eine Gestalt, die in uns lebt, die wir dann beschwören können, so a la... Legend of Dragoon oder Final Fantasy... Ja, das wäre... Das wäre immer... Dann mach ich den Drachen... Pfft. Okay. Mach ich so fertig? Oh, nein. Herr Präsident, ich bin jetzt hier. Bis zum nächsten Mal, Herr Hau. Hau? Wenn ihr sehen könntet, wie ich gerade den Kopf die ganze Zeit hin und her drehe. Wieso? Oh! Ah! Herr Hau, Herr Hau! Oh, Herr Hau! Heute ist der Herr Hau, Herr Wilfred Ermaien. Was ist der Herr Hau? Was ist denn das Ziel? Was ist der Herr Hau? Ich habe bereits erzählt, Herr Hau. Kann ich den Räumen an, Herr Hau? Baka, Baka, Herr Hau! Ich habe den Beilir, wie ein Beilir. Ich habe den Beilir. Ich habe den Beilir. Ich habe den Beilir, den Beilir. Ich habe den Beilir. Ich habe den Beilir. Vertreter der Herr Hau, Sie haben schtocken, Herr Hau. Ich habe ihn mit dem Beilir aufgesprochen. Ich habe den Beilir. Sie haben wir jetzt nicht. II. Heute hat er ein Punkt welches Hau der Herr Hau der Herr Hau jetzt gesagt. Der Herr Hau hat sich wirklich nichts zu betrachten. Das war's für mich. Arct und Kjärg? Hmph, das Wort nicht glaubt. Sie sind die Begründung. Kiko und Kiko? Ich bin ein Arslam-4-Schaum. Ich bin Torgar. Ich heiße Sie, Herr Haru. Hast du gesehen? Ja. Herr Haoh-Den, Sie haben sicherlich mit ARK gekauft. Hm. Scheiße. Jetzt, ARK hat er nicht gekauft. Das ist wie ein Marshal. Marshall? How I met your mother? Marshall? Der Typ, der ist so im Bein, der juckt mir doch glatt die Coden. Und wer ist er, dieser General? Der Typ, der ist so. Das ist doch alles. Der Typ ist offenbar. Der Typ ist offenbar. Der Typ ist ein ganzes Geist. Der Typ ist ein Geist! Ein Geist! Der Typ ist ein Geist! Aslamco! Ich weiß, was ich möchte sagen? Davido, ich habe ein bisschen anders gemacht. Das ist nicht für dich. Das ist nicht so. Das war die Begründung. Die Geschichte ist so. Er war ein lustiges Wunderschön. Es ist schwierig zu sagen, aber... Ich denke, dass die neue Kunde und die neue Kunde auch... Na... Das Kunde ist später. Ich werde jetzt über die Akademie-Kunde sprechen. Was ich weiß, was ich? Ja. Die Kommission hat sich in der Abwanderung von Irina-Joh-Yukai und Asram über die Abwanderung der Akademie verabschiedet. Der läuft irgendwie so komisch. Ich kann Packe zu warten. Ich bin ruhig, ich bin auf dem Weg. 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 Das ist... Ich bin auf dem Weg. Ich möchte mich jetzt noch mal beobachten. Ist das gut? Ich bin auf dem Weg. Ich könnte mich noch mal beobachten. Ich bin auf dem Weg.